Gibt es eine natürliche Behandlung der Zornesfalter ohne Botox? Die Antwort lautet nein, aber man kann mit Botox ein natürliches Ergebnis erzeugen, so dass es nicht mehr so aussieht, als ob man keine Mimik hat. Und wie das gemacht wird, zeigen wir das mal von einer anderen Perspektive. Und hier ist natürlich wichtig, wie genau und individuell die Dosierung der einzelnen Medikamente erfolgt und in welche Schicht man das Ganze hinein dosiert und unterlegt. Und nur so kann man dann ein perfektes Ergebnis erreichen und denke, dafür kennt die Patientin uns auch und kommt sehr oft. Und ich denke, das haben wir diesmal auch erreicht.